Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Altstadt. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 90 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1200 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Bis zum nächsten Mal.